Jeder, der eine solche Karte in der Hand hat, wird sich plötzlich fühlen, als sei er ein Verbrecher. Vielleicht bringen wir andere auf den Gedanken, solche Karten zu schreiben, wie ich es tue. Schließlich werden Dutzende, Hunderter sitzen wie ich und schreiben. The routine bites heart and ambitions are no good. Hauptsache ist, dass wir anders sind als die. Dass wir uns nie dazu kriegen lassen, so zu sein. Mit jeder Karte wird er mir ein bisschen mehr von sich verraten. Alle haben sie Angst. Warum eigentlich? Ist ihnen doch so leicht gemacht. Sie brauchen nur zu tun, was wir ihnen sagen. Plötzlich war das Glück gegen die Quangels. Otto Quangel hatte die Zufälle, die das Leben bereithält, vergessen. Du da, heb das mal auf. Die Dinger muss einer verloren haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017